800 Meter Lauf, die besten Mittelstreckler der Welt am Start. Zwei schwarze Läufer gegen die stärksten der weißen Rasse. Innen Edwards, Kanada. Daneben McCabe, England. Der Favorit des Rennens ist der riesengroße schwarze Woodruff. Nanze Italien, aber ist die Hoffnung Europas. Erwärts geht in Führung, woanders an Argentinien und Lanze Italien. Erwärts führt immer noch, aber Woodruff kommt auf. Kucharski Polen kommt vor, legt sich neben den Kanadier, hat die Spitze. Aber Edwards geht wieder nach vorn. UNRUF! 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 Lanze im dunklen Hemd auf dem fünften Platz. Edwards ist vorn. Einmal will er der Erste sein im 800 Meter Lauf. Einmal will er gewinnen auf seiner dritten Olympiade. Wo bleibt Lanze? UNRUF! UNRUF! 중에 Schenken, Schenken, Schenken! In Spanien! 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 Erster, Rotruf, USA. Zweitern, Lanzi, Italien. Dritter, Erdogan, Kanada.